Yo Leute und herzlich willkommen damit zur Nordrhein-Westfalen-Rheinland-Pfalz-Hessen-Tour Richtig, das ist eigentlich nur drei Tourvideos, die jetzt die nächsten drei Wochen kommen mit heute Also die nächsten zwei Wochen jetzt und mit heute halt Also insgesamt drei Wochen, also jeden Samstag jetzt erstmal so ein Video Das hat der Grund, weil ich das ganze halt aufgenommen hab Also so die Touren und das möchte ich eigentlich öfters machen Aber sogar noch ein bisschen umfangreicher, also mit mehr Sachen Zum Beispiel, damit man auch mal sieht, so Lost Places-Filmen, die gar nichts dann werden Weil man da gar nicht reinkommt oder sowas Als Beispiel und ja, jedenfalls werden hier auch noch Stücke von Lost Places mit eingeblendet Die wir im Laufe der Tour gemacht haben Auch wenn ihr die schon als einzelnes Video sehen könnt oder gesehen habt Ähm, werde mir das trotzdem, also werde ich das trotzdem noch so ein bisschen mit zuschneiden Äh, ja dann sieht man aber mal so ein bisschen auch mal lustige Szenen, die man während der Fahrt hat Oder derartiges einfach so Ein bisschen mehr so vom Leben noch zu zeigen Wenn wir auch mal zu diesen Touren fahren und so Wie wir dann immer draus sind und was wir so machen während der Fahrt Und ja, Leute Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß Und dann wünsche ich euch viel Spaß, lasst natürlich ein kostenloses Like und Abo da und viel Spaß Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall 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 Und dann wünsche euch auf jeden Fall Und dann wünsche euch auf jeden Fall Und dann wünsche euch auf jeden Fall Vielen Dank. 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 Bye. 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 Ja genau, es schreit immer noch. Wie die da jetzt alle so langlaufen. Warum ist da denn jetzt eine Spinne? Schleife zu machen, mitten auf der Landstraße. Entspannend. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Spannende dep摺iert. with notch Bis zum nächsten Mal. 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 Der Berg ist noch anstrengend. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.